Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded ist unser Spiel und wir sind hier im Multiplayer, der Marcel ist auch mit dabei. Ja, deinen Namen, das musst du irgendwie mal ändern, weil du bist ja eigentlich der Marcel. Auch in der Community, also auf dem Discord und ja, Bartholomeo steht hier. Ja, warum sind wir schon hier hinten? Ich habe diese Folge auf das Wesentliche reduziert, weil, ja, technisches Problem, vielleicht habt ihr das schon bemerkt, man hört den Marcel nicht. Und auch das Spiel, es ist leider nicht die authentische Musik oder beziehungsweise die Geräusche und dementsprechend hatte ich das dieses Mal so gemacht. Ich habe sie. So, besser. Ja, wie ihr seht, das bringt wenigstens was. Wie bitte, was meinst du gerade? Okay. Und das Baumpunkt hast du hier gemacht, ja? Okay. Puh. So, Moment. Also mit zwei Baumwanzen, das ist echt bescheiden. Ja. Ja. Es sind sogar drei. Und hier ist eine Riesenfeder. Ja. Nein, nicht das. Nee. Und... Moment, sind das sogar sechs Sätze. Sechs Stück. Ah. Pass auf, wir machen es anders. Wir gehen jetzt zurück, da mache ich noch eine Armbrust, die nehme ich dann und dann sehen wir zu. Die Idee ist gut, das mache ich. Ja, das ist schön, aber der macht weniger Schaden. Viel weniger. Da könnte ich ja auch, da könnte ich auch den Zahnstocher nehmen, also den Speer. Nee. Ja, aber wie die Gasmaske können wir uns auch nur bauen, wenn wir einen von denen mindestens kaputt gemacht haben. Ja, dann versuch mal die da, die unterste. So. Nein, die anderen kommen auch. Hör auf. Weg. Oder? Nee, kommen sie noch nicht. Okay. So. Und... Ich habe die Keule gar nicht draußen. Ah. Das funktioniert ja auch ganz gut hier. Guck. Ha! 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 Wieso bist du entsetzt? Hihi. Ja, dann holen wir uns gleich die nächste. Ha! 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 Es läuft! Es läuft! So einfach geht das. Guckt es euch an. Los, 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 los. Gleich den ersten hier. Los. Was? Welche Feder? Wo ist sie? Achso. Ja, ansonsten, ich habe noch reichlich. Okay. Das ist ja cool. Ja, dann verballern wir unsere Pfeile. Ganz einfach. Oder? Ja. Dann komme ich aber auch zu dir, weil da kommt es denn nicht hin? Nicht, dass ich aus einem anderen Winkel schieße und dann... Machen wir gleich. Und meine machen gar keinen Schaden. Und die zweite kommt. So, die nächste. Oh, komm. Na ja, die schafft es auch nicht. Alles klar, Leute, wie ihr seht, das ist eine super Sache hier. Boah. Boah. Ja. Ist das jetzt die Musik von der Wanze oder ist irgendwas hinter uns? Ich gucke nicht. Nein, nein, nein. Ja. Wollen wir es hoffen. Baumwanzenfang, leicht gemacht. Da, die neue Folge. Astreilen. Ich bin so begeistert. Ich muss ein bisschen näher ran. Also irgendwie mache ich keinen Schaden da hinten. Ja, besser. Ja, läuft, läuft, läuft. Du machst viel mehr Schaden. Sollte ich dir vielleicht lieber welche rübergeben? Ach so. Sehr schön. So. Komm, komm, komm. Ah. Na, endlich. Also. Baumwanzenfang, leicht gemacht. Das hätten hier noch eine gewesen. Ich muss mir die Feige gleich erst noch zurückholen. Das war doch. Ah, nee, nein. Nö, Blühwürmchen. Wie bitte? Wie zwei? Ja, und die dritte, die hatte ich ja vorher auf die einfache Art zerstört. Soll ich noch mal zeigen, wie das mit dem Marienkipper geht? Moment. Moment. Ah. Ja, super. Der hat mich dieses Mal allerdings erwischt. Wo ist der hergekommen? Echt jetzt? Ah, ja, super. Danke. Na, ich muss hier weg, bitch. Uh. Moment, Verbände habe ich. Ja, Verband. Dann nehmen wir doch gleich erst mal ein. Uh. Wie sieht es bei dir aus? Oh, super. Spitze. Ah, cool. Die Ameisen machen sich gerade über den Marienkipper her. Ist natürlich die noch leichtere Variante. Wisst ihr was? Wir nehmen hier das Gras mit. Ja. Worum das hier rumliegt, weiß ich nicht. Habe ich das irgendwann abgehackt? Hm. Ja, dann würde ich sagen, mach mal einen langen Schuh hier, wa? Oder wir warten noch einen kleinen Moment. Auf den Marienkipper. Ah, was? Eine Entdeckung? Was mag ich denn entdecken? Tada, sehe ich was. Ah, ja. Na, kommt wirklich. Nicht Wu. Der Piet. Oh. Okay. Bin ich doch sofort dabei. Zack, zack, zack. Alles weg hier. Äh, ja klar. Und? Okay. Ah, so. Frech. Okay. Ja, super. Ich bin gleich tot. Das war keine gute Idee. Und weg hier. Ö? Hm. Okay. Die Gras habe ich jetzt nicht. Egal. Bevor ich hier draufgehe. So. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Ab in die Base. Ich muss essen. Ja. Welches? Ja, ich sehe schon eine. Lauf. Okay. So, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Weil über den Weg laufen möchte ich jetzt auch nicht. Okay. Da ist was zu trinken. Wie bitte? Münz. Ach, Münz. Ich habe die ganze Zeit Münz verstanden. So. Na, na, komm. Moment. Und da ist noch mal was. So. Schlotz. Und ab zu Base. Hast du doch getrunken? Oder hast du schon was getrunken? Ja. Hier liegt ja einer rum. Mhm. Denn ich habe mir gerade zweimal Tau geholt. Und mir ist alles schön. Da kann ich auch einer. Da hinten liegt ein Apfel. Alles klar. Nein, das ist kein Apfel. Ach. Nee. Nee, das sah aus wie ein Apfel. Und ja, nee, verwechselt. Na. Ähm, wüssten. Nein. Nein, nein, das war ein Fliegenpilze. Und die will ich nicht haben. Was haben das? Die ist auch eine Höhle. Aha. Hm. Moment. Jetzt habe ich mir hier eine Wegemarkierung. Damit ich das auch wieder finde. Ja. Wegen der Armbrust. Ach, habe ich alles nicht dabei. Okay. Ja, dann auf geht's. Zerstöre sie. Probier's gleich aus. Dann wissen wir, ob es geht. Moment. Hä? Jetzt habe ich dich aus den Augen verloren. Wo bist du? Ach da. Da. Sehr gut. Äh. Wie nicht. Nun, los. Zerstöre sie. Uh. Ähm. Ähm. Ja, das war, glaube ich, auch ein Hit. Ja, ich gehe schon mal in Position, dass ich einsammeln kann. Ja, na klar. So. Wo ist ihr da hinten? Ja, Logenplätze hier. Wunderbar. Nö, nö. Das ist super hier. Jo. Wie viel hat sie noch? Sehe ich nicht. Hm. Ist ja gut. Mhm. Ja. Alles klar. Juhu. Ja, ja, ja. Habt ihr es gesehen? Viel wichtiger, viel wichtiger. Haha. Locker. Das ging richtig locker. Boah, da können wir jetzt analysieren, wie nichts gut ist. Auf geht's. Aha. Und teilen nicht vergessen. Und abonnieren natürlich auch, weil damit ihr noch mehr davon bekommt, wie man etwas zerstört. Und zwar auf leichte Weise. Tjuhu. Tjuhu. So, so. Sehr schön. Oh, dreimal. Was haben wir denn? Wie heißt das eigentlich? Spinnengift. Was? Nein. Den Anfall habe ich gar nicht gekriegt. Äh. Spinnfang durch. Bringt nichts. Hm. Okay. Hehehe. Ich hab die hier. Äh. Spinnfang habe ich auch. Ja. Äh. Ich glaub nicht. Nee. Wolfspinne. Wanddeko. Insektenbogen. Haben wir auch schon. Okay. Und was haben wir hier noch? Äh. Baumwanzenbogen. Okay. Analysieren. Ich hab ja jetzt hier eh drei analysiert. Das heißt, ich momentan kann nicht mehr. Ich schätze du genauso nicht. Logischerweise. Batterie ist ja leer. Wie bitte? Jo. Genau. Und ja. Ich würde sagen, das tun wir beim nächsten Mal analysieren. Gar kein Problem. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt noch ein Abo mit, wenn es gefallen hat. Und die Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr erinnert, sobald ich oder wir was Neues haben. Und dann würde ich sagen, kommentiert, liked, wenn ihr es mögt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.